Der Tisch ist wunderbar gedeckt, aber die Gäste müssen jetzt kommen und selber entscheiden, was sie haben wollen. Dass wir mit der Highlights, mit der Kunstmesse hier in der Residenz sind, ist für uns ein ganz, ganz großer Schritt. Wir freuen uns riesig, hier mitten in München im Herzen der Stadt zu sein, in einer Renaissance-Residenz. Ich finde antike Bücher aus dem 12. Jahrhundert und ich finde zeitgenössische Kunst. Ich finde die schönsten Schmuckstücke und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, zu schauen und zu schwärmen. Ich persönlich habe ja auch schon über meinen Beruf ein großes Interesse an Vintage Design. Und mir gefällt das sehr gut, dass die Messe bei aller Konzentration auf alte Kunst sich auch diesem Thema angenähert hat. Ich würde die Messe verbinden auf alle Fälle mit Kultur, mit Bildung, mit Leidenschaft. Es ist unglaublich elegant. Es ist das Beste der Beste in einer sehr verabschiedeten Atmosphäre. Sehr schöne, entspannte Stimmung, viele bekannte Gesichter. Sehr gelungen. Die Händlerkollegen haben sich alle mächtig ins Zeug gehängt, um wirklich das Beste hervorzuholen, was sie eben anzubieten haben. Wir haben eben wirklich wahre Highlights auf jedem einzelnen Gebiet, in jedem einzelnen Stand. Unsere Highlights sind dieses Jahr unter anderem Kunstgegenständen die kleinen Hirsche aus dem alten Persien. Sie sind über 3000 Jahre alt. Das Besondere bei uns ist das Zusammenspiel der verschiedenen Materialien. Wir haben Objekte aus Bernstein, aus Rubinglas, aus Steinborkhorn, aus Koralle. All die Dinge, die sie in der Schatz- und Wunderkammer auch finden. Das ist eine kleine Faire, aber es ist wirklich wie eine Jewelbox. Und nicht weil es so großartige Architektur ist, sondern es ist alles über die Qualität der Art, die Sie hier sehen. Das ist wirklich perfekt für die Stadt. Aber für das ist eine kleine Finde, die wir verbinden können. Für die Stadt ist unsere mother d 쓰igend. Binnen. Ich hab deine Frauだけ. Ich hab's von dumpfged. Untertitelung des ZDF, 2020